Dieses Video wird von OneFootball unterstützt, gönnt euch die App, Link in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Die garantierte IconSBC ist endlich im Spiel und das heißt natürlich IconPacks. Ich habe heute gestreamt, wir haben locker über 25 IconPacks gezogen und die Ausbeute war unglaublich. Ich weiß nicht, inwiefern ich im Titel gespoilert habe, deswegen sage ich erstmal gar nichts. Ich sage euch nur, dass fool heftige Spieler dabei waren, also ehrlich, fool fool heftige. Es lohnt sich von Anfang bis Ende dran zu bleiben, ich habe auch ein paar Packs auf meinen Account gezogen und was da passiert ist, erfragen mich bis heute, wie ist das möglich. Ey Jungs, wenn wir für dieses Video 7777 Likes anpeilen könnten, wäre das ziemlich wild. Nein, nicht anpeilen, wir müssen 7777 Likes schaffen. Gib Gas, pushdoll, wenn wir die noch nicht erreicht haben. Und wenn ihr Bock habt, wenn ihr mein Content fühlt, dann lasst gerne noch ein kostenloses Abo da, wir sind heute 714.000 geworden, road to 715, mal gucken wir mal mit schaffen. Und wenn ich schon dabei bin, kleine Werbung am Rande, die 2 für 1 Week läuft immer noch bei meinem Partner Level Up, ich muss das gerade gar nicht sagen, aber wer sich noch was kaufen will, ich sage das einfach, weil ihr die Dosen so günstig wie noch nie bekommt. Bestellt zwei Dosen, zahlt nur eine, über den Link in der Beschreibung mit meinem Code WAVES2, nur solange der Vorrat reicht, also seid schnell, gönnt euch. So Freunde, Basis-Icon-Pack Nummer 1, 6.000 Leute um 3 Uhr sind am Start, ich würde sagen, das Pack geht auf Instagram Pack. Kommt in den Stream, wir werden noch weiter öffnen. Uiuiuiuiuiuiui, komm, Deutschland. Willst du es? Der Pipsi, miesig. Ich weiß nicht, was da geht zu Fipsi? Bonny muss den Hasen regeln und das Pack geht auf. Das Pack wird aufgemacht. Ich will eine gute Flagge sehen, das ist schon mal das Wichtigste. Erstmal eine gute Flagge, um die Spannung oben zu halten. Komm schon, Brasilien, Holland. Frankreich, Zidane, Viera, Zidane, Zidane, Zidane. Oh mein Gott, ich will den Mann auch ziehen. Oh mein Gott, er hat Zidane bekommen. EA gönnt und Hoani gönnt einfach vorwiegen den Tunnel, Alter. Hoani ist OP, ich sag's euch. Ich mach den Bildschirm aus und das Pack geht auf. Jawollo. Chat, Pack, Chat, Pack, Chat, Pack. Ziehen wir was nach unserem Sisu. Ich höre, dass ein VIP reinkommt. Wen haben wir, Chat? Brasilien? Pelé? Was? Was? OMG? Kräuf? Kräuf? Nein, Kläubert. Was ist das? Oh mein Gott, nein. 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 Ich will's sehen. Ich will leicht dabei sein bei dem Mann hier auf dem Account. Was gut ist. Maradona. Maradona. Er ist es, hundertprozentig. Er ist es, es kann kein anderer sein. Es kann kein anderer sein, sag ich. Ich sag einfach. Es kann kein anderer sein. Eröffnet das Pack. Ey, ich werd geprankt hier vom meinen Chat. Korn ist da. Und. Walkout. Base Icon. Wieder. Overmars, ne? Overmars. Ist das ein Win? Overmars. Ja. Okay. Ist auf jeden Fall kein Lose. Ich sag's euch, wie es ist. Ist auf jeden Fall kein Lose. Pelé. Sei es ein Zidane oder Korn. Dann lohnt sich das natürlich. Aber wenn du in den Sagi ziehst, dann lohnt sich das Pack nicht. Guck dir das hier an, was hier kommen kann. Nakata. Nakata kann hier auch kommen. Dann lohnt sich das Pack ganz und gar nicht. Aber wir haben auch eben schon einen Zidane gesehen. Dann lohnt sich das Pack natürlich. Was soll ich dir sagen, Bruder? Das ist einfach gummisch. Das ist random. Junge, Nakata. Ich glaub's nicht. Ich krieg' nen Knacks. Ich kacke im Stehen. Gib uns die Flagge, die wir sehen wollen. Japan. Korea. Oder ich bin nicht so gut im Geografie. Frank reicht. Hä? Wer ist denn Z2M? Der zieht wieder Blanc. Der zieht wieder Blanc. Und das ist schon wieder ein Win auf dem Account von Doki. Das ist schon wieder ein Win auf dem Account von Doki. Ich weiß nicht. Zu Recht. Ich weiß nicht zu Recht, was nicht momentan wie meine Gefühlslage ist. Wie soll ich das beschreiben? Ich bin auf jeden Fall immer noch hyped. England. Ist das Owen? Ich glaub' das ist Owen. Oh! Es wird sogar noch schlechter. EA. Für sowas legen wir 500k auf den Tisch. Genau für sowas. Gerne öfters. Afro, du hast jetzt genug hier. Genug? Äh. Nee. Basis-Icon-Fact. Hoffentlich ist da keine Gesichtsgrätsche drin. Hoffentlich nicht so eine Gesichtsgrätsche. Wir wollen super Spiele haben. Champions League, Freunde. In Spanien. Pep Ganiola. Ey, Pep. 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 Ach, Xavi gibt es ja auch noch. Lol. Ey. Er hat jetzt nicht die beste Karte, um sie spielen zu können. Aber. Xavi ist für mich so eine kranke Legende. Real talk. Ich glaub' das ist das zehnte Pack. Die zehn machen wir jetzt voll. Komm schon. Ach, du Scheiße. Ist das Hernandez? Oder wie heißt der? Stirnband ist das, ne? Ach, Sanchez. Sanchez. Der ist gut. Der ist gut. Das ist der Wert. Sanchez könnte auch spielbar auf jeden Fall sein. Ich glaub' er hat Pelé erwartet. Ich. Das war's wieder komplett. Er hat den Mann abgestoßen. Yo. Er war komplett nicht zufrieden. Können wir einen guten Pack haben, vielleicht? Yes. Okay. Let's go. Wir haben einen guten Pack, vielleicht? Yes. Deine Kerr. Owen. Who is it? Yes, man. Right. Oh, okay. We have 91 Pace and 68 should schießen. Mhm. Ich geh' in die nächste Cam. Ich hab's einfach verkackt. Ich bin so lost, Mann. Ey. Och, Mann. Ey, nee. Wie kann man denn so schlecht sein wie ich? Die ganze Hoffnung, die ganze Kraft muss da reingesteckt werden. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Oh, Mann. Oh, Mann. Was ist das? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Mal gucken, Mann. Mal gucken, ob er es schafft, ruhig zu bleiben bei seinem Pelé, den er jetzt bekommt. Brasilien. Ja, Brasilien. Z.I.V. Ferdinand. 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 Es gibt nur Ferdinand. Nein. Hobbymoor. Nein. Gib ihm Ferdinand wenigstens. Das wäre so gut gewesen. Das wäre so top gewesen. Pack 2. Let's go. Let's go, Party. Kein Walkout. Aber 83 plus. Vielleicht so ein 85 oder so für die Icon SPC. Ja, okay. Das könnte sogar was sein. 84, glaube ich, hat der Kuchel. 85 hat er sogar. Wild. Tor auf Ansage 85er gezogen. Nice. Mal gucken, ob wir echt diese plus 3 immer wieder machen können. Jetzt müssten wir eigentlich einen 88er ziehen. Jetzt müsste ich eigentlich einen 88er ziehen. Ja, ey. Sogar ein Walkout. Wenn jetzt ein 88er kommt, dann habe ich das Spiel hauptsache. Frankreich. Zettel Favorit. Ich bin schon untraded. Nein. Ja, nein. Soll ich mich freuen? Soll ich heulen? Was soll ich machen? Hilfe. Hilfe. Ich habe ihn aus Gold Upgrade gezogen. Und jetzt ziehe ich ihn aus 81 plus Gold Upgrade. Nein. Nein. Hilfe. Hilfe. Das trifft ja Gott sei Dank keine Armen. Zumindest keine Armen an FIFA Points. Walkout. Jetzt aber. Nein. Nein. Es ist nicht normal. Es gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist unmöglich. Aua. Mein Herz. Basis. Igoner Päckchen. Es geht weiter. Wir gucken. Und das Ganze an. Das ist Schärfe. Das hat. Das ist schon Schiss. Das ist schon Paranoia. George Bex. Win, 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 win. Das ist so ein nicer Spieler. Und das Tag geht auf. Und das Tag geht auf FC Basel hat er an der Seite hängen. Und wen zieht er? Deutschland. Philipp Lahm. ZIV. Ist das nicht sogar Matthäus? ZIV. Ui. Ui. Loda, Junge. Ne, 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 ne. Mach der. Nice. GG, Junge. Also streng dich an, Junge. Spaß. Let's go. Ach du Scheiße. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur Del Piero gezogen. Ich dachte, ihm sag ich. Ich dachte, ihm sag ich, Junge. Del Piero hat's nochmal rausgeholt. Er war so wichtig, ne. Er war so wichtig. Guck mich an. Genieß den Anblick. Genieß den, Junge. Oh, Stoichkopf. Stoichkopf. Ist das Stoichkopf? Stoichkopf. Kann man auch zocken, ne. Geht schlechter. Geht aber auch besser. Geht aber auch besser. Muss ich echt zugeben. Basis. Ikona-Päckchen. Mit Schalke-Wappen. Boah, das kann doch schon nichts werden. No front an alle Schalke, aber ihr seid genauso schlecht wie wir. HSV. Oder sogar noch schlechter. Und ich hab's angesagt, das kann schon gar nichts werden. Oh, right. Immerhin. Einmal ins Tempo. Wenigstens nicht Owen. Aber England ist meistens nicht gut. Zum Abschluss nochmal auf chillig angelehnt. Auf verrückt angelehnt. Auf verrückt angelehnt. SCN-Pullen. Fischen. Angeln. Wie ein Dorsch, Junge. Wie ein kranker Dorsch. Ist nice. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, er öffnet's. Er kann nicht mehr warten. Er hat einen zittrigen Finger gehabt. Er war so, soll ich schon öffnen, Wax? Oder soll ich noch warten, bis du was sagst? Ach, scheiß, hab ich schon geöffnet. Moin, Meister. Frankreich. Nein. Ich will nicht hingucken. Ich will das nicht sehen. Ich will das nicht sehen. Mach den weg. Mach den weg. Mach den sofort weg. Ich will das nicht sehen. Ich will das nicht sehen. Ashley Kohl. Ashley Kohl. Ich würde den auch ziehen. Wenn ich den ziehe, würde ich mich freuen. Ich würde so sagen, ja, ja. Nice wäre das, Alter. So, Leute. Langsam, aber sicher. Kommen wir zum Ende, ne? Es sind nicht mehr viele Packs, die wir jetzt hier öffnen werden. Das hat man also aus den ganzen Packs gezogen. Das ist schon wie ganz Deutschkopf. Ist das was anderes diesmal? Ah, Pushkas. Lol. Ich hatte den gar nicht mehr im Kopf, den Mann. Hä? Voll nice. Richtig nice. Hatte ich auch heute noch nicht gesehen. Es wird... Oh mein Gott, fast runtergefallen. Ernst. Es wird... Ernst. Komm. Ich will noch was sehen. Ja, jetzt endlich. Pandasa. 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 Ich schwöre, das ist nicht schlecht. Man kann ihn zwar auch in der Icon-SPC machen, aber Pandasa ist immer noch Pandasa. Das darf man nicht vergessen. Pandasa ist einfach Pandasa. Und das ist Punkt aus Ende. Da können wir Strich ziehen. So. Basis-Icon-Pack. Das letzte des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Ich weiß, wie viele Likes wir schaffen wollten. 7777 wären auf jeden Fall wild. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Das Pack geht auf. Und Black Friday steht vor der Tür. Das wäre teuer. Ich hoffe, das Video kriegt Klicks. Ich brauche Money für die Packs. Was war das denn gerade für ein Effekt? Der Mann hat Special Effects in FIFA eingestellt. Was passiert da? Cannavaro, bitte. Cannavaro wenigstens. Cannavaro, Cannavaro, nicht Baresi. Cannavaro. Damit kann man das Video auf jeden Fall gut beenden. Sehr, sehr wild. Schreibt mir gerne noch in die Kommentare, was ihr aus eurem Packs hattet. Was habt ihr aus eurem Icon-Pack gezogen? Junge, was war das für ein heftiges Video? Wir haben so viel gesehen. Zidane und Co. Blanc, alles. Richtig viel. Und jetzt nochmal zum Abschluss Cannavaro. Peace out.